Und es geht weiter mit der Liebe. Nämlich mit der Liebe zum Offbeat. Kennt ihr den Offbeat? Mögt ihr den Offbeat? Ihr kriegt den Offbeat. Wir haben eine O, der den Offbeat mitgebracht. Aber was wäre ein Abend wie dieser ohne ein Feature? Habt ihr Bock auf ein Feature? Meine Damen und Herren, bitte heißen Sie herzlich willkommen, Sergej Zweigdarker! Gestern frisch entlassen. Lohrechen! Schock! Ja, der eine hat einen langen Mantel und einen langen Ziegenbord. Einer hat ganz dicke Muckis, tut die Arme ziemlich hart. Ja, und einer hat ein altes Auto mit viel Kröpfung und vielen Beulen. Und ein anderer jongliert hinterm Rücken mit drei Bällen und vier Keulen. Einer hat eine Rolex, denn er arbeitet bei einer Bank. Und ein anderer ist mit 35 immer noch ein Bank. Bei so vielen Menschen auf der Welt will sich keiner isolieren. Und es gibt ja auch viele Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Doch das schönste Mittel zur Befriedigung vom Selbsterstellungstrieb ist der Offbeat. Danke Offbeat, das ist dich lieblich. Ich hab dich gleich beim ersten Mal in dich verliebt. Danke Offbeat, das ist dich lieblich. Ich hab dich gleich beim ersten Mal in dich verliebt. Die einen tragen immer schwarz oder alt, ziemlich bunt. Ja, und einer hat rosa Klamotten für seinen kleinen Hund. Einer hat nur wegen dem Style seine Tropeze mit dabei. Und ein anderer nimmt sich nach jeder Party erst mal zwei, drei Tage frei. Einer hat zu jedem Thema dumm Spruch parat. Und ein anderer lädt zum Essen ein und macht da nur sein Abend. Ja, weil die Leute sollen ja alle wissen, dass er sich gut ernährt. Und nur mal neben der Bayern mit dem Biodiesel fährt. Das ist ja nett. Bio, 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 biodiesel fährt. Uiuiuiui. Bio, 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 biodiesel fährt. Bei so vielen Menschen auf der Welt will sich keiner isolieren. Und es gibt ja viele Möglichkeiten sich zu präsentieren. Noch das schönste Mittel zur Befriedigung vom Selbstdarstellungstrieb. ist der Aufbeat. Danke, Aufbeat, das ist nicht die Idee. Ich hab die Welt beim ersten Mal in dich verliebt. Danke, Aufbeat, das ist nicht die Idee. Ich hab die Welt beim ersten Mal in dich verliebt. Die Sonnenbremme ist oftmals auch fantastisch Und wir uns immer betauft, sie gar nicht mal geraucht Ja, weil älteste Profis profilieren sich profilaktisch Man weiß ja nicht, wann man das wieder braucht Danke, Ophi, das ist echt lieblich Hab' ich gleich vom ersten Mal in mich verliebt Danke, Ophi, das ist echt lieblich Hab' ich gleich vom ersten Mal in mich verliebt Danke, Ophi, das ist echt lieblich Herzlich Welt Schweine Nacken!